Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, großen, kleinen, wie auch immer, Let's Play namens Battleville 3. Wer kennt es nicht? Wir starten direkt durch. Wir machen hier ein kleines Conquest, das ist es glaube ich, weiß es gerade ehrlich gar nicht. Und gucken mal hier, Squad, alles mögliche passt. Anpassen habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht gemacht. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, was auf unserer Arcade drauf ist. Weil ich nämlich da glaube ich noch kein Visier drauf habe. Habe ich überhaupt ein Visier? Ich habe nicht mal ein Visier. Ist natürlich geil. Naja, dann müssen wir wohl zuspielen. Naja, dann starten wir doch direkt mal rein hier mit unserer geilen AK. Und wollen mal, wo sind wir denn hier jetzt überhaupt? Von hinten fliegt eine Heli rum, das gefällt mir gar nicht. Ich hätte jetzt gerne mal ein Vehicle. Nehmen wir doch gerade mal das hier. Zack. Schnell mal hier auf die Außen-Posie richten. Können wir hier nicht... Achso, stimmt, ich bin ja hier. Das ist ja noch einer, wo man nicht gleichzeitig schießen und fahren kann. Wir fahren jetzt direkt mal zu Punkt A. Ist nicht weit von uns entfernt. Gucken mal, vielleicht kriegen wir einen Roadkill. Was war das? Achso, da war eine Mauer. Ups. Habe ich jetzt nicht gesehen. Ah, das ist genau dort zwischen den... Zwischen den Containern. Okay, hier höre ich Schüsse. Okay, A haben wir damit secured. Nice. Ich muss hier immer mal zwischendrin ein bisschen ruhig sein, damit ich halt höre, wo hier was abgeht. Okay, hier drin ist safe in dem Container. Jetzt laufen wir hier mal durch die ganzen Container durch, dass wir halt möglichst kein offenes Ziel sind. Okay, da ist ein Teammate. Ist okay. Teammate. Auch Teammate. Da oben hocken meistens die Sniper auf diesem komischen Turm. Los, 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 los. Okay. Da oben sieht man schon auf dem... Auf dem Turm oben. Okay, wir müssen mal Richtung B gehen. B wird so, wie es aussieht, gerade eingenommen. Hopp. Nice. Wir sind drüber, hier mal schnell drüber. Ich glaube, hier in Battlefield 3 darf man noch nicht irgendwie richtig ins Wasser gehen, so wie ich es noch weiß. Oh, hier fliegt gerade ein Flieger um meinen Kopf rum. Es ist wieder höllisch warm, wenn ich aufnehme. Ist ja immer so eigentlich... Boah, was ist denn das für eine Mauer, hey? Willst du mich trollen? So, B wird immer noch eingenommen. Wir stürmen jetzt mal hier mit unserer AK. Und ich muss mal hier fliegen, sorry. Also nicht wundern, dass meine Maus hier gerade irgendwelche Sätze am Bewege macht. Ich ziehe die halt immer weg, wenn hier... Okay. Oh, ich habe meinen Controller noch eingesteckt. Einen Moment, still. So. Das ist halt die Problematik am Ding. Battlefield 3, dass ich den Controller nicht benutzen kann zum Steuer. Ah, das gibt's nicht, hey. Das gibt's nicht. Da bin ich noch die CS-Steuerung gewohnt und habe gerade schön nach unten gezogen mit unserer AK. Wie habe ich denn mit ihm gemacht? 25% hat er noch. Okay, jetzt wissen wir aber auf jeden Fall, wo er ist. Können jetzt einfach mal schnell bei B spawnen. Warum können wir nicht mehr bei B spawnen? Okay, das ist dumm. Wo sind unsere Teammates? Da ist niemand mehr. Gucken wir mal C. A ist, glaube ich, näher. Gehen wir mal. Spawnen wir bei A. Und holen uns den mal. Boah, schön in den Container gespawnt. Äh, wo bin ich denn hier? Ah, okay. Erstmal wieder zurechtfinden. Mal gucken hier. Ich fand die, äh... Früher die Container-Fights sind immer so krasse. Uah! Äh, da fährt wohl ein... ...Vichikelle. So, umfliegt ein Heli. Okay, wir haben hier ein bisschen Probleme. Ich muss hier mal schnell irgendwie... Uah! Okay, mal schnell einen Abgang machen. Ah! Alter, unschnell das Medikit setzen. Huh! Hat er uns wahrscheinlich auch ein bisschen Damage gemacht, das blöde Vehikel-Ding, ne? Jetzt gucken wir mal, können wir hier irgendwo lang, wo uns dieses... Da. Ach, Team-Ed. Ich hab gerade schon gedacht, das ist ein Gegner. Okay, da hat es gerade einen geplättet. Das Ding scheint hier nicht zu sein gerade, deswegen machen wir hier mal schnell... ...Gas. Und zwar viel Gas. Springen hier drüber. Dass wir uns hier nicht so offen sehen. Okay, uh, 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 die schießen hier hart ab rein. Aber richtig hart. Okay, B ist inzwischen auch wieder eingenommen. Unser Team scheint gerade gut zu gewinnen. Ähm, jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben insgesamt bisher noch ziemlich wenig Leute gesehen, hatte ich gesagt. Okay, hier sieht es aber noch gut aus. Da oben ist eine Spawn-Station. Okay, wir gehen jetzt mal hier ins Haus. Einmal aufpassen hier, können überall die Penner hier hocken. Da saß er ja das letzte Mal. Okay, hier ist soweit so safe. Okay, hier schießen schon die Sniper. Aber ich glaube nicht, dass es uns wohlgesomt, dass die Sniper sind. Oh, oh. Da drüben war irgendwas. Ich frage es nur, wo. Ich sollte halt nicht stehen bleiben, möglichst, wenn hier wirklich Sniper sind. Jetzt mal gucken noch mal. Da hinten ist der Tank. Da hinten sind zwei Tote. Boah, der Sniper ist hier natürlich auf der Map auch mega geil. Eigentlich bin ich... Ich habe jetzt halt die AK... Oh, da. Alter, boah. Ah, gut, okay. 77 Eintreffer haben wir eben gemacht. Vielleicht sollten wir doch mal was anderes ausprobieren. Jetzt probieren wir halt hier auch mal Sniper aus. Haben wir eigentlich schon eine andere SKS? Probieren wir jetzt einfach mal aus hier. Was haben wir denn da drauf? Gucken wir mal schnell drauf. Haben wir da irgendwie ein... Da haben wir einen Scope schon drauf. Das ist gut. Nehmen wir doch glatt mal. Leute, jetzt bin ich wieder die AK. Willst du mich verarschen? No. Warum hast du das gemacht? Das ist nicht, was ich will. Okay, A ist aber gerade hier... Oh, erstmal hier einen Wheelie ziehen. A ist gerade... Eingenommen worden. Uah, uah. Erstmal hier die Sicht umstellen, bitte. So, jetzt. Oh, wow. Okay, da hinten sehe ich schon harte Schlachten toben. Komm, dann holen wir uns. Roadkill, Roadkill, Roadkill. Bitches! Leute, ich bin durchgefahren. Das kann ja wohl nicht sein. Ich habe ihn 100% getroffen. Wie kann das sein, dass er ja nicht gestorben ist? Hopp. Ich treffe nichts. Boah. Ey, ich habe nichts getroffen, ey. Das kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Ja, sicher. Und jetzt habe ich dich von hinten getötet, oder wie? Ah, ich klem hier irgendwie fest. Ich weiß nicht, wohin. Was sind denn die Gegner hier? Okay, das ist niemand. Nochmal hier hoch. Alter, hier feuert es aber hart. Ich will gar nicht wissen, von wo. Oh, oh, da kommt ein Boot. Das wollen wir mal hier nicht treffen, vielleicht. Boah, da hatten wir so eine schöne Killchance und haben sie, also ich habe sie richtig schön vermasselt, indem ich ihn halt einfach nicht getroffen habe. Jetzt gucken wir mal, hier in den Containern, da gab es früher immer so richtig harte Fights, hier immer eins gegen eins und dadadadadadadam. Und jetzt sitzt hier gar nichts mehr los. Eigentlich richtig schade. Ich fand die Container-Falzer eigentlich fast immer am coolsten. Okay, Enemy-Jopper, Enemy-Jopper, schön für den Enemy-Jopper. Den wollen wir aber jetzt gerade gar nicht. Oh, da hinten war einer. Ne, ist ein Team-Mate. Okay. Da hat uns der Heli gesehen. Das gefällt mir gar nicht. Enemy-Jopper spottet over. Okay, wir haben wohl einen russischen Kameraden erwischt hier. Wir sind auf der Seite der Russen auch gerade, sehe ich hier so. Der fetten Arcadi-Impf, ich glaube. Ich treffe ihn nicht. Es kann ja wohl nicht wahr sein, dass ich den nicht treffe. Komm, der kommt jetzt hier rum, oder? Jawohl. Haben wir unseren ersten Kill geholt. Oh, und werden von hinten gleich mal platt gemacht. Du mieses Stück. Da hat er sich doch außenrum geschlichen. Egal, einen haben wir jetzt geholt. Steht 1 zu 3. Ja gut, er hat das Sniper. Wir wollten ja eigentlich auch auf den Sniper wechseln. Jetzt gucken wir einfach mal, warum wir hier jetzt nicht auf den Sniper gewechselt haben. So. Und go. Oh, ich hätte vielleicht einen anderen Startpunkt auswählen sollen. B ist halt gerade hart umkämpft. Vielleicht gibt es hier irgendwie ein Vehikel, das ich noch nehmen kann. Nehmen wir halt das hier nochmal. Und hupen, ein bisschen lustig. Jetzt mal gucken hier, also Richtung A erstmal. Und dann steuern wir direkt Richtung B. Also wir haben hier das Spielfeld doch relativ gut im Griff. Aber das kann sich jetzt schnell ändern bei Battlefield. Also ich habe da schon Wenden erlebt. Na ja, wow. Sehr anders. Oh! Helikopter, 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 no! Schnell hier rein. Dass unser Helikopter hier nicht trifft. Ich frage mich, warum wir keinen Helikopter haben, ehrlich gesagt. Boah, ich würde jetzt so gern die Abwehrmissiles hier abschießen auf den Helikopter und den einfach zerfetzen in der Luft. Okay, B wird gerade wieder eingenommen. Okay, ich höre einen Sniper-Schuss. In meinem Area sogar. Okay, dann gucken wir mal. Da ist ein Tank. Ich glaube, die Leute von unserem Team, die sind einfach so gut in den Helis und Tanks und alles mögliche, dass wir halt einfach keine Chance haben. Dass halt normale Menschen wie ich einfach keine Chance haben. Lol. Der Bug da drin, hey, das kann ja wohl nicht sein. Cheater! Cheater! Können wir hier rein? Ja, hier können wir rein. Gut. Okay, dann mal. Gehen wir mal hier Richtung B. B ist anscheinend ein anfälliges Target. Okay, da hinten fliegen schon Schüsse. Ich habe es gerade gesehen. Jetzt würden wir mal gucken, vielleicht können wir da ja einen snacken. Oder ist das das Boot? Scheint das Boot gewesen zu sein, ja. Da hinten kommt noch eins. Da ist er noch. Oh, fuck it, hey. Das ist so schwierig hier zu ziehen, wenn man diese CS-Steuerung drin hat. Jetzt weiß ich jetzt nämlich nicht mehr, wo der ist da. Was? Wie kann er uns treffen? Aber ich ihn nicht. Das kann nicht sein, hey. Alter, was für ein Stellungsknapp. Okay, er ist rausgekommen. Jawohl, unserer. Da ist noch einer, oder? Habe ich das gerade falsch gesehen? Oh, nee. Da ist teammate, okay. Da hinten schießt's. Habe ich keine Nades? Komm schon. Nein. Boah, da hat er verschoben, ey. Ich habe gedacht, Hilfe bei Kill. Ah, wenigstens das haben wir noch gekriegt. Habe ich dann dazu doch gehilltet. 2-3, 2-4 jetzt. Läuft gar nicht so gut. Ich glaube, ich soll wieder öfters Battlefield spielen, wenn ich hier wirklich was machen will. Als Sniper haben wir hier ja doch relativ gut schon gemacht. Aber ich will jetzt wieder zurück auf den Ding, auf den... Boah, ich muss mir echt angewöhnen, dass ich irgendwo anders spawnen, hey. Jedes Mal hier rumzulaufen, das ist ja echt ätzend. Ähm, ich muss mir echt mal hier mit dem Ding mehr spielen. Weil ich brauche eine Visierung für die AK oder eine andere Waffe. Kann ich ja mal gucken, ob ich nachher irgendwie eine andere Waffe kriege. Oh, da hat's gerade einen schön zerfetzt. Das war gut, war gut. Jetzt gucke ich mal. A ist wahrscheinlich wieder nichts los. Hui. Okay, die fallen hier hoch. Na mein Freund, ist hier jemand? Nö, hier ist niemand. Hier ist niemand. Brauchst gar nicht vorbeikommen. Okay, hier schießen, ist ja wild durcheinander. Willst du einsteigen, mein Freund? Okay, hier fliegen irgendwelche Sachen durch die Gegend, das gefällt mir nicht. Steigen wir hier aus, lassen das Vehikel hier mal stehen. Ah, da ist ein Boot, okay. Jawohl, einen aus dem Wasser geholt. Easy. Easy. Müssen wir nur aufpassen. Okay, wir haben hier irgendwo einen Sniper wahrscheinlich wieder da oben drauf. Wir sollten vielleicht hier nicht so frei rumlaufen. Guck, wir verschieben mal wieder nach B. B scheint wirklich hier gerade das anfälligste Target zu sein. Okay, ich höre hier Schüsse. Schüsse von scharfer Munition. Von sehr scharfer Munition. Einfach mal auf Inferno aufs Boot schießen, ohne irgendwas zu sehen. Okay, da hinten hat es einer rausgesprungen. Müssen wir eigentlich nicht drauf schießen. Ich glaube nicht, dass wir den treffen können. Ah, okay, hier hat sich also einer in das Vehikel gesetzt. Ich glaube, es war sogar unseres. Okay, da habe ich den Sniper gehört. Okay, dann laufen wir hier mal weiter. Ich muss hier gerade immer mal wieder so auf die Seite gucken, weil mir hier nämlich... Irgendwie die ganze Zeit ist das so ein Drecksfliegenviech, das hier die ganze Zeit mir vor dem Gesicht rumfliegt, auf der Schulter und alles mögliche macht. Das kotzt einen richtig an. Das ist unglaublich. Da oben landet er noch. Schade, dass man hier nicht ansagen kann, aber ich weiß... Ich habe ihn gesehen, deswegen renne ich jetzt hier mal hoch zu C. Hoffe, dass wir ihn snacken können. Komm schon, das ist unser Kill. Ich weiß es. Zack. Okay, sieht gut aus. Nochmal, zack. Hier drin ist safe. Weiter geht's. Da landet noch einer. Okay. Jetzt ganz ruhig. Silent op. Okay, es hat aufgehört, eingenommen zu werden. Okay, die scheinen hier hinter der Mauer zu sein. Direkt auf meiner rechten Seite. Nimm mich hier oben. Dann schnappen wir uns die Perler. Wo seid ihr? Kommt her! Die sind geflohen. Okay, die sind wahrscheinlich nach hinten. So nicht, mein Freund. So nicht. Okay, da unten rechts war einer. Ich habe gerade noch gesehen, den Pfeil auf der Ding. Boah. So, erstmal ein Gerest. Nice. Haben wir also zwei Stück weggemacht. Jetzt gucken wir mal schnell, wie viel steht. Es steht 5,4. Jawohl, wir haben also jetzt einen KD von 1,0 bis jetzt. Oh, da kommt ein Helikopter. Das gefällt mir gar nicht. Da müssen jetzt erstmal die Leute was machen. Okay, da hinten hat er einen gesnackt. Jetzt gucken wir mal. Vielleicht können wir, vielleicht haben die hier wieder Leute abgeworfen. Das wollen wir natürlich verhindern. Jetzt gucken wir mal schnell in den Himmel. Ne, sieht gut aus. Okay, da hinten sind sie wohl gelandet. Wir in den Helikopter. Da rennen jetzt gerade alle hin. Wir wollen den Killsnacken. Ich natürlich auch. Jetzt schauen wir mal hier. Müsste der gleich hier unten sein. Okay, jetzt wurde er schon getötet oder wie. Oh! What the fuck? Wo hat es da gerade auf mich geschossen? Vielleicht hier oben auf der Bergstation. Mal schnell gucken. Hopp! Okay, sieht noch klar aus. Okay, okay, okay. Alles safe. Hier oben ist safe, Jungs. Geht mal woanders hin. Hier oben ist safe. Okay, Schüsse auf den Helikopter hier. Es wäre wahrscheinlich ganz praktisch, wenn man hier so ein Ding wäre. So ein Inji oder wie das hier heißt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe schon so lange kein Battlefield mehr gespielt. Das ist richtig krass. Die Maps kommen mir auch immer viel kleiner vor, als sie eigentlich sind. Äh, kommen mir auch immer viel größer vor, als ich mir das wieder vorgestellt habe. Ich hätte das anders im Kopf, ehrlich gesagt. Jetzt gucken wir mal. Es wird halt hier wirklich gerade gar nichts von den Gegner eingenommen. Es geht ziemlich wenig Action. Es sind aber auch viel weniger im gegnerischen Team.